Oh, genau das hatte ich nämlich vorhin eigentlich auch schon gemacht und dann habe ich das Spiel runtergeschmissen. Halt die Fresse, ich will erstmal hochgehen und Munition kaufen. Ui, 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 ui. Das war nicht einfach. Hast du mal geguckt, ob der Lift funktioniert, wenn einer von ihnen stirbt? Äh, nee. Wird aber lustig, wenn sie daran nicht gedacht hätten. Äh, ja, an was Entwickler manchmal nicht denken, ist schon manchmal witzig. Das ist natürlich warm. Jetzt kriege ich meine Flasche nicht mehr zu. So, jetzt. Was bist du für eine Flasche? Okay. Höhöhöh. Wie bitte? Was bist du für eine Flasche, wenn du eine Flasche nicht zurückkriegst? Das war ein Witz. Jetzt habe ich die da gerade geworbt. Nun wieder passiert das irgendwie, ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie so ein... Warp-Zone. Ja. Ein Köpfer. Ne, war gelogen. Wir gehen nach Corsica, Flachkümmer machen. So. Runde 4. Ja. Das sind ja die Fallen, die bald mehr Probleme machen als die Gegner. Ja. Ja, ist richtig. Oh, hör auf zu rollen. Wie ich ein Massaker aus meinem, äh, Hut zauberen. Ja, das Massaker an den ganzen Zwergen hier, oder was? Ah, siehst du, das ist echt ein Zwerg. Maul halten. Fresse jetzt. kommt her zu mir mein zornmagnet oder so faradien im sprungangriff ist einfach abgekratzt ob der ist feuerbogen schütze oha was kann ich dann also ist ja schön sie wieder gar nicht erwähnen kann ich einmal den stadt trifft ja fühle ich wo wir sind paladin direkt vor mir in dem tag anschauen das ist auch weil sie es denn das ist ja witziges gesehen das war es dann mit dem bär des feuerbogen schützen soll ich zu dir kommen so der zweite bär des feuerbogen schützes auftauchen so werde überstanden perfekt ist ja kein problem wenn keine fallen sind du ab jetzt aber auch von schmutz abracadabra oder kommt ganz viele gift zwerge aber die können mich alle mal am arsch lecken da oder eine springt drauf und stirbt ja das war nicht so die allerbeste die jemals hatte ich bleibe gerade hier stehen ich habe ganz wohl hier dankeschön den habe ich nämlich nicht gesehen oder es ist ein unsterblicher holensohn gespielt stehen geblieben sagt gesicht ab ihn stehen geblieben sagt gesicht keine ahnung hat die zauberer erledigt mit dem auflauf wir haben wir ein dünner tot auflauf oh wie süß haben wir ja wir wissen nein wir müssen da den tumor rausziehen ja tumore werden ab heute gezogen nicht mehr operiert werden operieren ist eine methode sie macht keinen menschen mehr er zieht und tumore es ist sich dumbledore mit dem team nein herr totbeschwörer lassen sie das tja jetzt kann sich der totbeschwörer wieder selber beschwören bestimmen wenn ich eher wäre ja hier ist auch so ein stinkender Seher irgendwo oh diese Stacheln die machen mich mehr fertig als alle andere ja fühle ich der Seher ist fast tot du brauchst noch einen Hit ich hätte der wäre tot jetzt ist er tot der Boden ist schockierend der Boden ist schockierend ja wie weit springt der bitte da muss ich aber ganz direkt in den Schachl reingesprungen perfekt der wurde gemobbt der wurde komplett weg gemobbt ey da kommt noch ein Ballast Zwerg komm, Mobbing kannst du dich machen Mobbing kannst du dich machen wenn man angefangen kann man nie wieder aufhören ich habe gerade irgendein Skelett liegt da hinten an dir dicht oh ich hole mir den Verzauberten kommst du zurecht? ja ok den Verzauberten von Azkaban den Verzauberten von den Verzauberten von von Arschkaban höchstens ey oh ich sehe nichts what the fuck oh nein den Verzauberten von Azkaban der Wetterstack ist fast tot ich habe ihn nochmal angeschossen jetzt kriegst du ihn ok Todgeburt Todgeburt ich nehme euch alle mit ich liebe ihn ich liebe ihn das ist so gut 50% geschafft enden lässt mich nicht Fünf Sekunden fertig oh nein auch fünf Sekunden von der Welle oh Gott ja ne von der Runde die Welle haben wir oh du hast gesellschaft ich will mir mal die freiheit ihr da ein bisschen zu helfen abstand jede menge abstand einer man tut uns kein gefallen das dann ist irgendwie gespawnt ich nutze lieber schwarzkopf wieso hast du mit dem bein problem wenn man den kopf schießt immer okay vielleicht mal eine unterbindung die mann hergestellt das ist logisch aber das mit dem bosch schlagen es war anders als es jetzt denkt ja ich habe erledigt stinkner arsch wackeler weg damit der ganzen gesocks hier warte die rumlauch im löffelstiel was für die rumlauch im löffelstiel wer viel scheiße wächst auch viel oder was hier stirbt das ist ein bär des retter ohne da habe ich ja gar keine lust drauf oder muss ich aber ganz dringend nach hause ich habe doch was auf meiner auf meiner feuerstelle gibt es ja nicht heute habe ich in die fesse getreten und ich brauche nur die zähne ich hoffe du hast eine gute zahlersatzversicherung, ansonsten wird das eng so den zauberer von Oz habe ich kleiner Huren oder ist er wieder der scheiß Kristall ach der schießt so Schockschaden, jetzt verstehe ich warum der so interessant ist oder eines Badass Ritter, ach du grünen neuner haben wir den quitten? warte mal seine Schwachstätte ist unten am Bein ich habe ihn unten am Bein, warum das denn? okay gut zu wissen, das sagt warum ich den die ganze Zeit nicht quitten konnte ich habe den Kopf geschossen es ist so geil, dass ich die Gegner so analysieren kann weg mich wenn du das ja magst, dann kann ich den Spielen empfehlen die Horizon Spiele Zero Dawn und äh auch wie heißt die anderen Forbidden West ja genau der spiel ich ja gerade ja das ist gut echt ja dann musst du die dann musst du eigentlich immer analysieren also Zero Dawn habe ich sogar, das weiß ich das habe ich mir immer mal gekauft, als es weit runter reduziert war wenn man Projekt wert, meinst du? ja, das ist cool mhm, okay da schau ich mir mal an da sind ungefähr Zero, kannst du Zero durchgehen spielen Zero alte Frau Zero Geschmack und Zero Zucker oder? ja na solange es nicht Zero Spaß ist, ist ja alles okay oh, ich hasse diese Paladine, das sind viel zu viele von denen hier, friss meine Granate, ihr Affen hab ich für 0 Euro bekommen, hat auch nur Spaß gemacht ja, dafür gibt es aber die extra Portion Hacker das war der No-Scope aus der Hölle ah, du willst Stress? boah, dann lässt du dich einrichten ah, ich weiß jetzt, wie ich diese verstärkten Dixer erwische der hat dein PC schlimmer revieren als am Geschlechtsverkehr aber dann gespielt hast du aber, naja kann man nichts machen nachdem man sich komplett durch durch die, durch, durch den ganzen Regenbogen von irgendwelchen Fernfahrer Hartgeldnoten durchgenudelt hat, ey ich hätte ganz gerne ein bisschen Abstand zu euch Corona Abstand, bitte, zweieinhalb Meter dreieinhalb Meter ein bisschen mehr, aua Mann das tut doch weh was soll denn das Frechheit, ey oh, Feiermagier, hier Feuer wird Feuer bekämpfen okay, das muss ich nicht so gut ihr fällt scheiße, lasst du ich hab mich mal so ein bisschen weg, ist es nicht hier ah, da muss ein Haufen Orgs am Washington wieder am Start okay, interessant Org Washington, tschüss ich hab glaub ich grad zwei auf einmal gekillt oh, alter fiss dich fiss dich so, die Bogenschützen sind weg ah ne, hier ist noch einer oh, was war das denn? irgendwas hab ich... ah, nein oh, du meinst oh, alter ja, übertreib halt warte mal warte mal, hier ist ein Magier den krieg ich so, perfekt Sack, Lutscher, ey ohne Witz, Mann was war das denn für eine Aktion? oh, das sind schon wieder ganz viele neue Bogenschützen äh, zu liebe Zeit erst mal durchladen, ja? ey, was schmeißt mich denn hier immer so? oh Gott, Hexer Geralt von Rivas hier ich hab dem grad einen 66.000er Headshot gegeben gut, also Witcher 4 könnt ihr vergessen tschuldigung, Jungs, tschuldigung ja, ich hab's dir die Protect Red grade so ein paar 100 Billionen Dollar gekostet weh, nur verpackt gewinnen immer wenn wir das wie Sabern machen ja, das ist wohl richtig oh, dieser Feuermagier nervt wir haben doch einen Feuerphönix, ne? ja, der kennen wir mal die fetten ich hab den, ich hab die Feuermagier grade der länger nach aufgeschlitzt so, das hat er jetzt davon kann er mal gucken, ob man sich damit auch einen zurecht zaubern kann hier keine Drecksau oh Gott, Skelettriesen, alles mögliche ist riesig oh, ja, ich seh schon ich muss ein bisschen Abstand gewinnen dann will ich gerne ich hab, okay bin tot und lebe gleichzeitig stark, stark ich find mich in beiden welchen Klausel einer ist da oben oh, der andere auch anscheinend cool oh, der ist ja ein Tiny Tina Charakter der sich im Jenseits auch noch bewegen kann oh ja, das ist ein Zwerg-Sirker ah, wir haben's, nice okay, die war aber einfacher ja, find ich auch find ich auch die Paladine waren sehr nervig aber der Rest ging oh, Junge in Stufe 5 ist das wieder so ist das gleich wieder in alle das ist wieder so komplett eskalieren gleich auf jeden Fall, sie spielen anderthalb Stunden nur, äh, Verrierenkampf, ne? mhm, ich weiß damit hab ich irgendwie ich hab vergessen, dass der noch kommen sollte na gut dann ist es halt so also, wohl doch noch nicht die letzte Session heute mhm, aber die vorletzte vielleicht ja, ich meine ich sag mal so, wir werden jetzt ja wohl hoffentlich nie noch eine Stunde an den letzten Team hängen obwohl es schon passiert ok, schon passiert, stimmt ja, deswegen, also wissen kann man's nie oh, ich hab mich ich bin auch letztens ich hab immer in der letzten Runde verloren bei Need for Sweet Underground 2 bei den URL-Rennen ah, ja in der letzten Sekunde je drei, vier mal aneinander ich hab zu gekotzt, Alter du, ich will mal ganz kurz wohin bespaß mal kurz die Leute es dauert nicht lang ok hallo, ich bin Pirates 25 und, ähm zocke gerne hi ne, ähm wir sind gleich wieder bis in einer Sekunde weil wir sind ja nicht live das ist schon drückend das ist praktisch wenn man nicht live ist dann, äh kann man aber auch furchtend drücken ok, bis gleich sind noch nicht vorbei läuft wieder eure Prüfungen, ok seid ihr bereit für die vielleicht letzte Runde was für vielleicht letzte Runde kannst du mich verarschen? so, ok wo's am Mundi und ihr habt zusammen in die Fresse geschossen bringt zwar nix, aber man braucht auch immer Kauabanga ja, aber es ist, es tut gut manchmal muss es einfach sein ich muss, ich muss immer noch so lachen, bevor man sagt, es gibt kein Witcher 4 aber keine abraka magi abraka, haltet zu urrrr, Maul oh god oh oh was sind ihr denn, was seid ihr denn für Grundschulkinder? Vertraue grundsätzlich keinem Boden, den ich nicht selber gebohnt hab. Ich stand da eben drauf, du blöder Affe. Äh, hab ich's gesehen. Oh, danke, Rhythm. Nett. Man kann sie unterhalten. Sympathisch, man kann sie unterhalten. Ernsthaft, ich krieg ja Elektroschaden und daneben ist die Falle. Oh, nee, ernsthaft? Ja. Das ist ungünstig. Einmal schaffst du. Muss ich ja jetzt, ne? Sind doch nur fünf Wellen. Wieso sind fünf diesmal? Was soll das denn? Das ist ja jetzt erst. Oh Gott! Die gammeligen Zwerge haben mich da fast reingeschubst. Ich hab gerade irgendwie gefühlt sechs oder sieben Zwerge hintereinander gemessert. So muss sich Anakin gefühlt haben, als er die Jedi-Kinder getötet hat. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Na mal. Geh nach Hause, du obdachlose Missgeburt. Jetzt sind wir langsam zum Bund mit euch. Ihr scheiß Weisenkinder. Ich hasse arme Menschen. Vor allem hasse ich arme Skelette. Können sich nicht mal Calcium leisten. In den Knochen macht es Boom, es lebe hoch, das Calcium. Hey, komm her jetzt. Jetzt wird mal langsam... Keine Calcium-Scheule. Ihr sollt aufhören, eure Scheiße nach mir zu schmeißen. Wir sind hier unten, ne? Perfekt! Leute, das geht ja wirklich. Kannst du da durchballern? Ja. Geil! Oh, hi. Und tschüss. Also ich finde es schade, dass ich nicht dahinter kann. Das ist ja witziger, wenn ich dahinter könnte. Wenn du das war. Ja, safe. Safe Trader. Oder ich hab dir schon den Kopf... Safe Trader. Ich hab dir schon den Kopf weggebrochen, aber was willst du noch? Okay. Nein, 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 du lockst mich da bestimmt nicht ran. Das kannst du vergessen. Halt, dein dummes Ma... Oh, da sind schon... Oh. Das Balletskled hat mich gleich mal gut getroffen beim 24.000er. Oh, wie doof sich der Synchron-Sperger gefühlt haben muss. Bitte sagen Sie jetzt, der Boden ist schockierend. Also entweder hat er sich mega dumm gefühlt. Oh, ich hab beide mit einem Schuss getötet? Oh, krass. Oder hast du einen erwischt? Nee, Balletskledger, drei Stück. Oh, feck mein Arsch! Okay, ich komm. Ich bitte nicht, das tut weh. Was? Was? Ach du Scheiße, was soll das denn? Einen hab ich ganz gut getroffen? Oh Gott, das kann ja jetzt lustig werden. Aber wenigstens sind es nur die drei und nicht nur irgendwelche anderen Viecher. Getroffen hab ich zumindest. Oh Gott, was? Ich will doch nicht mit meinen schwitzigen, stinkenden Scheiß-Fans zu tun haben. Ja, das ist wie bei den Influencers hart. Das ist halt, ne? Zum Glück sind die relativ langsam. Oh, das waren 77.000er, glaube ich. Ja, ja, ihr kleinen Fick-Feder. Ich muss hier einfach nur out-speeden, dann geht das auch. 96.000, alter. 96.000, alter. Irgendwann muss ich noch mal 100.000er kriegen. 96, Luftballons. Und einer in Friedrichsgarten. Hä, die kann man ja voll verarschen. Ich renne einfach vor den Weg und dann drücke ich den in den Headshot. Hä? Angriff der Klo-Krieger, die Keramik brennt. So, erwischt. Das war jetzt nicht so schwer, zum Glück. Aber jetzt kommt bestimmt wieder die scheiß Paladiner. Sturmrötter, na super. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Ach du Scheiße. Selbstwort kann ungesund sein. Geh weg. Geh weg. Für dich und andere. Oh, lol. Ich will zum Sideswipe einfach. Und tschüss. Oh, oh, Paladiner. Nee. Hat es nur das nicht. Ich habe vor nichts Angst, aber das Ding, das macht mir Angst. So liegt da hinten so ein Toter. Aber egal. Klapp, dann nehme ich es auch vorbei. Hast du Streit oder was? Hier, komm. Ich entferne dir deinen Tumor, da hast du nichts mehr zu lachen. Oh, Entschuldigung. Sollte ein Lied werden. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so doll. Vor uns ins Mull geschossen. Oh, Paladin. Mag die Dinger nicht. Hallo da. Ist das Skelett schon mal besiegt? Sehr knapp hat es auch hinter sich. Oh. Auf dich habe ich ja gar keinen Bock. Ich habe auch... Oh, da ist irgendein dickes Orgviech. Ach du, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte nicht sterben. Ich will so nicht sterben. Ich will mit dem Jetski verunglücken. Oh, fuck. Der ist tot. Warum willst du mit dem Jetski verunglücken? Sehe wenigstens bloß dich aus. Er kann im Offen von mir wegzurennen. Hallo, du feige Pussy. Was ist denn mit dir? So, erstmal den Paladin hast du weggefahren. Jetzt ist Schluss mit weglaufen. Wenn die sterben müssen, habe ich wenigstens was zu lachen. Das war dann der Feuermagier. Oh, alter Vater. Deswegen finde ich ja auch Geburtstage. Irgendwie strange, ne? Hm, wieso? Naja, du feierst jetzt jemand ein Jahr, der am Tod ist. Ich wollte es ja nicht. Ich wollte es ja nicht. Da geht doch, Geschenke, Menschenskinder. Also ich feiere dabei eigentlich nur, dass ich wieder ein Jahr über starten habe. Oder mich wegen dieser ganzen dummen Scheiße hier selber... ...abzuknallen. Um mir selber zum Krieg zu werden. So ungefähr. Nette Versuch, aber nein. Au. Sieh Arschloch. Oh, da ist ein unsterblicher Notensohn. Oh, dankeschön. Das nehme ich dann mal. Tschüss. Der springt an mir vorbei. Landet direkt neben mir. Ich ziehe ihm das Schwert aus dem Arsch. Ja, perfekt. Kleiner Hohenzohn. So, was kommt jetzt? Sie werden jetzt anscheinend immer noch nicht vorbei. Aus dem Rücken in den Arsch, das ist... Ja. Hallo? Kommt hier mal was? Oh. Das Tor geht auf. Das ist... Oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist ein Seher. Ein dreiköpfiger Betteskelett. Äh, nee. Das sehe ich aber schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Boah, jetzt ist hier so ein irgendwo abgefuckter Seher und ich sehe den ironischerweise nicht. Dann wirst du auch seit dem Seher werden und sehen. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ungefähr. Ja, Mr. Watson, Sie sehen ihn, aber er nimmt ihn nicht wahr. Kleine Drecksau. So, okay. Der nächste bitte. Ach, Selbstmord, ja? Okay. Ist es schon wieder soweit, ja? Ja. Na, das sehe ich ein bisschen anders. Ein Baderskelett, ihr wieder. Okay. Du hast aber unsterblicher Skelette Raus. Da, da, da raus. Ah, cool. Also ein unsterblicher und ein Baderskelett. Gut, dann drücke ich dem erst mal ein Critch. Da hat er was von. Ey, der ist ja fast ein roter Typ. Der so unsterblich nicht verliebt ist, habe ich gehört. Ja, ich habe das Baderskelett fast erwischt. Ah, fuck. Das ist dann auch vorbei. Einmal ein Sprung. Und von hinten. Ich weiß auch, klappt so weit auch dein Leben aus den Atomaketen. Ja, so sieht es nämlich aus. Ich habe den gerade im Nahkampf getötet, möchte ich mal sagen. Ich habe da einen unsterblich Verliebten auch einen Zehner zu befördern. Ich muss jetzt einen neuen suchen. Ohne ihn so schwer draus zu ziehen, echt? Du warst mir erschossen. Dann war der aber doch nicht so unsterblich. So stinkt, wenn ich der wäre. Wie bei Davy Jones, der ist unsterblicher, bis es sein Herz finde, ist ja am Glück gelaufen. Oh Gott. Äh, okay, da muss ich mal ganz dringend... Ah, lass mich in Ruhe. Hallo, das ziehe mich mal in Ruhe. Ich muss hier ganz dringend raus. Das ist mir eindeutig zu feurig hier. Die Schwesterbreite ist ja immer noch. Okay, das lebt er nicht mehr. Oh, was ist denn das für eine? Achso, unsterbliche... Magier, Feiermagie. Mit Magie macht das Kochen Spaß. Keine Schleichwerbung an der Stelle, ne? Ja, dem ist wohl der Kopf geplatzt. Ich glaube, das ist unvereinbar mit dem Leben, oder? Also, ich bin jetzt kein Arzt oder so, aber... Nach allem, was ich weiß, geht das, glaube ich, nicht. Ja, komm, im Klinzen-Hospital-Haus. Oh, fick die, Henna. Ich habe eine Zwergsocke. Ja. Gott, die sind ja überall, die Viecher. Au, was? Gott, verdammte... Scheiße, ich habe gerade festgesteckt irgendwie. Nee, du hast ja auch so komisch gemacht. Und Selbstmord... Oh, da ist ja eine ganze Selbstmordgruppe. Die Selbstmord-Schulgruppe hast du jetzt, ey. Keine Selbsthilfegruppe, sondern eine Selbstmordgruppe. Auch geil. Ja, könnt ihr behalten. Jungs, ich... Vielleicht macht Selbstmord in der Selbsthilfe... In der Selbsthilfegruppe. Ja, weil... Jungs, ich möchte nicht unhöflich sein, ne? Aber... Aua? Wo hab ich denn jetzt schon wieder festgesteckt? Mann, verpestig. Nein, die Fresse. Der ist froh, dass wir kein Ausdauersystem haben. Das wäre kacke. Ja, dann wäre ich schon zehnmal tot. Der schlimmste Ausdauersystem hat Befest an dir entwickelt. Oh, oh, oh. Okay, das würde ich so umbringen. Ne, okay, ich lebe noch. Irgendwie lebe ich noch. Keine Ahnung wie, aber... Ja, dass man befestigt ist, ist teilweise echt schlimm. Hast du mal die Ebelwissen gespielt? Ne, ne? Ne, bisher nicht. Wenn die Ausdauer leer ist, bleibst du einfach stehen. Oh, ich war unsichtbar, du Fotze, du kannst mich gar nicht treffen. Gibt da nicht die Gegner, die dich trotzdem sehen? Trotz der Unsichtbarkeit? Eigentlich nicht. Okay. Der Bogenschütze hinter mir. Das ist irgendwie witzig, das ich sogar wollte, das ich nie gesehen habe, ist, dass das daran der Jack nie gedacht hat. Was sind denn das für Typen, die mich die ganze Zeit beschießen? Ähm. Bogenschütze, ganz normaler. Okay. Ne, das ist... Der... Ich komme kum? Der hat sich ausgeschossen. Äh, ausgeschossen, Entschuldigung. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Das war wieder ein Autopadast. Leck mich. Alter Schwede. Keine Ahnung. Die Wende blitzen, was auch. So. Das hätten wir auch. Oh Gott. Die haben mich aber lieb. Ach, ein Badass-Zweck haben wir auch schon wieder am Start. Boah, Alter. Ja, doch jetzt sehe ich natürlich auch nicht kaum noch was, weil jetzt... äh, alle Statuen davon sind oder alle Wende hochgezogen sind. Ach, ja, wahrscheinlich, oder? Scheiß, gamlige Badass-Zweck will auch einfach nicht abkratzen, ey. Es ist unglaublich. Jetzt stirbt doch. Endlich. Äh. Nein, du bist jetzt tot, halt's Maul. Kein Bock mehr auf dich. Ähm. Mann, 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 ich fühl mich hier... Aua. Ich fühl mich hier, als hätt ich Doom auf höchste Schwierigkeit gestellt. Ob... Wie viel hat er? Was? Auf der höchsten zwar nicht. Aber auf schwer ist es oder noch mal. Nicht woppen. Auf schwer ist es oder noch mal. Perfekt. Oh, find ich gut. Alter, aus nächster Nähe mit der... Oh, Gott, ich liebe meinen Unsichtbarkeits-Skill. Was wäre ich nur ohne den? Da könnte ich ja direkt einen packen. Au. Perfekt. Muss ein bisschen durch Hygien springen, damit ich ein bisschen Schild wiederherstelle. So, viel Spaß. Ja, glaub, so viel Spaß wie du mit Zero hast, jetzt mit Horizon Zero Dawn, ne? Auch haben. Äh, äh, äh. Klingt gut. Der Gestank des Bösen? Ich hab nur nur gefurzt. Was willst du denn von mir? Äh, äh, beschreibt man mich. Wow. Ihr habt die Hälfte geschafft. Das waren 40.000er-Crit. Das ist ein Pech, das in der Magie nicht aufgerundet wird. Was für ein Pech, dass ich jetzt einfach das Schwert rausziehe und damit ich deswegen mal fett am Arsch decken kann. Und dieser war es gar nicht die Hälfte. Ach, doch. Ja, aufgerundet. Ja, okay. Doch, es war... Aua. Verdammt. Ja. So, womit hab ich diesmal zu tun? Mit Fergen. Mit... Mit... Ah, da hast du schon ganz gute Arbeit geleistet, so wie es aussieht. Ähm, ihr meint ihren Zwerge aus, als wenn ihr nie aus der Populetik kommt. Irgendwie. Ist aber jetzt nicht bedeutend gemeint. Habt ihr eure Fruchtzwerge nicht gegessen oder warum seid ihr so klein? Ihr seid ja sowas von eklig, Alter. Als der Arzt euch mal aus eurer Mutter rausgezogen hat, hat er nur gemeint, wo ist denn der Rest von dem Bastard, ey? Hahaha. Mann, ey. Da müsste so'n kleinen Mensch mal Fruchtzwerge geben. Ich glaub, es wird bestimmt nicht gut gehen. Hahaha. Ich hab schon wieder keine Ahnung, was mich hier alles jagt, gerade. Ach, hier sind Wunschlüsse. Ach, ich hab jetzt hier nen Soundbuck, du auch? Nee. Wieso? Ich hör meine Waffe nicht. Oh cool, nee, bei mir ist alles okay noch, was das angeht. Na ja, Gott sei Dank, dass mir das jetzt. Ich kann ja so wie Star Wars Sounds rübermachen. Piu, piu. Ja. Kannst du mal sterben, Alter? Nee. Das kann doch alles nicht wahr sein. Lass es fließen. Ah, das fühlt sich so, guck mal, ich treff zwar, aber ich hab keinen Zahlen, das fühlt sich so. Das fühlt sich wie, okay, das ist ein Bär, das Dritter. Ja, ja, der verwockt mich schon die ganze Zeit, dieser Fettsack. Ach so, genau, ins Bein muss ich ihn erschießen. Ah, oh Gott, der hat mich grad fast runtergeschmissen. Oh mein Gott. Nee. Boah, ich muss kurz seine Schockstelle wieder suchen. Da ist er. Ja, bitte wieder. Naja, der ist unten im linken Bein, Alter, wie, was zum Teufel? Au, au, fuck. Alter, scheiß Kristall ist auch schon wieder am Start. Kriegst du den vielleicht irgendwie ein bisschen getroffen? Ja, ich bin grad dabei. Weiß, feier ich. Ja, ich hab den nicht gut getroffen. Oh, ein Paladin ist ja auch noch, perfekt. Durchgeleid, das war ein Paladin am besten mit der Schroffelnde klingen kann. Ich hab fast keine Schroffeln im Moni mehr. Ja, ist natürlich sehr günstig. So, ich bin dann mal weg. Ist das, ey, ich bin so am schwitzen hier. Das kann man sich gar nicht... Aber du schaffst es. Muss ich ja. Versagen ist eigentlich keine Option, bin ich ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Ich muss sagen, ich fand aber auch, dass irgendwie das war der schwächste Wellenkampf, wir haben bis jetzt hatten. Die anderen waren so viel cooler. Muss ich... Och, Digga, ja. Ist immer super cool, wenn die aber piu, piu, piu die ganze Zeit schießen können und ich, äh, werde jedes Mal gestunt. Das ist ja wie bei Oblivion hier mit dem... mit den Bären. So, ich glaub, der hat grad ins Gras gebissen. Aber man weiß doch, Oblivion, aber die Gegner-Kombination ist schon echt kacke, ne? Das haben wir ja auch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, der bin ich so, ich hab ein Junge, wir bauten die vier Gegner zusammen. Gibt nichts Besseres als einen Spriggern, der einen Schwarzbären beschwört und dann entzieht dir das Spriggern die ganze Zeit von hinten an der Lebensenergie, während der Bär dich einfach kaputt kloppt. So, ist das geil. Jetzt heilt sich der Paladin wieder. Oh, ich hasse Paladinen. Oh Gott, der hat den schneller gemacht. Ach, du Scheiße. Oh, diese Bogenschützen, Digga. Ohne Ende können die schießen. Es ist unfassbar. Oh, ja, Digga, ey, ohne Witz. Das ist ja nervig gerade. Der geht, hab ich echt noch vor dem, mit der Moni, ich muss vielleicht mal... Oh, ja, stimmt, danke, das ist... Irgendwas hab ich gekillt. Mh. Also, ne, bei Borderlands als Freethoffsgärtner kann man sich gut bewerben, da werden, glaube ich, kleine Hände gegen Menschen gesucht. Diese Masse an Light, die wir produzieren, wieder... Ja, safe. Ach, halt doch mal dein Maul, Mann. Hm? Schnauze, Paladin. Du kannst nichts. Du bist einfach nur ein erbärmlicher Lappen. Oh, cool, ich warbe wieder. Das finde ich gut. Ich rede ja dadurch nur in die Stacheln rein. Warum sollte mich das denn stören? Oh, Zwergen. Zwerge, Zwerge, Fruchtzwerge. Ja, gut, die Zwerge sind noch mit die ungefährlichsten Gegner. Solange es nicht ein Bär des Zwerges, komme ich damit zurecht. So, ich hab glaube ich, irgendwie, glaube ich... Der lebt noch? Okay, jetzt lebt er nicht mehr. Ich hab bestimmt gerade irgendwie so sechs oder sieben Zwerge getötet. Sehr gut. Puh. Oh, ein Zauberer. Okay, das war mal ein Zauberer. Hat der jetzt gemacht? Oh, nee, was ist denn das? Small. Ich hab ein bisschen Shotgun-Money bekommen. Die sollte ich mir aber aufheben, glaube ich. Erstmal. Ach. Ein Schuss ins Ball. Oh Gott. Ey, letztes Mal geil, wir Zwerg, der wir zauberer sich abstützt, weil er verletzt ist. Okay, das ist so coole Animation. Pass auf, jetzt bei dir. Ja, das ist schön. Ich... Aua. Boah. Ja, dich dann nimmst du auch vorbei, du Sau. So. Mal gucken, ob er seinen Kopf ausstützen kann. Ich behaupte mal, nein. Könnte schwierig für ihn werden. Oh, ja, wahrscheinlich. Er kann Gandalf auf einmal springen, wie so ein... Scheiß Känguru, alter Maul jetzt. Dummer, alter Sack, ey. Zurück ins Altersheim, wo du hingehörst. So. Aber das ist das Sequel, von dem keiner wusste, dass man es braucht. Was vielleicht daran liegt, dass man es wirklich nicht gebraucht hat. Also, ich würde es gucken. Ja, ich auch. So ist es nicht. Wie Kokainbär, das würde ich mir auch nochmal angucken. Kokainbär, was? Es gibt einen Film, da wird ein Bär im Flugzeug transportiert. Aber da ist auch Kokain drin, ne? Der Flugzeug stürzt ab. Der Bär frisst das Kokain. Und dann bringt er Alon. Ich denke, das klingt so dumm. Oh, cool. Zwei Bär des Retter.